scheiße erledigt mit ihm hier er ist entdeckt beschädigt läuft was wir machen keinen schaden das dauert einfach eben der wunde zu zahlen wir haben keine chance gegen den ich weiß nicht was ich da einsetzen soll um den irgendwie aufzuhalten dass er drüben ist auch schon versenkt der ist schon ein bisschen runtergeballert aber auch nur die geschah da rumflutschen Ich ziehe mich hier zurück, ohne Witz. Erstmal wieder hochrecken. Theoretisch können die nämlich eine Menge hochrecken. Betonung auf theoretisch. Reaktiver Rumpf. Reaktiver Rumpf. Wie kann ich es sein? Was ist dein Wunsch? Ich serve deine Glorie. Warum dürfen die so viele Schlachtschiffe gleichzeitig ins Feld werfen? Da hast du doch gar keine Chance. Was ist dein Wunsch? Ja, mein Liege. Wow. Die Berge sind immer noch verschädigt. Ich versuche immer noch davon zu kommen. Wisst ihr, ist es immer noch nicht wirklich möglich. Ich finde es halt so geil, dass sie mich halt immer noch sehen. Ich weiß gar nicht, wie die das machen. Ohne Witz ist es lächerlich. Die können unmöglich so weit gucken. Identifikationsreichweite 9000. Das ist die Scanner-Reichweite 13.000. Der sieht mich immer noch. Leckerlich. Leckerlich. Einfach nur leckerlich. Jetzt bleibt mal da stehen und recke. Ich muss wirklich jetzt erstmal hochgangen, ne. Geht halt. Ich hoffe, dass diese... Der Triefer... Wer hat doch mal da drin getarnt, Junge. der ist fast da und aber nur fast bleibt doch jetzt einmal stehen da drin blödes schiff gibt es doch wohl nicht er schießt glaube ich die ganze zeit deswegen immer wieder mal auf ja die machen wenn sie einfach die dinger kommen die kronger des todes kritisch Ja, das ist ein Defenspital. Es bringt gar nichts da drin zu sein. Und mit näher war klar der hat schon wieder beschädigung des antriebs ich habe das ging doch gerade eben repariert ich habe gerade eben repariert jetzt gerade eben diesen button gedrückt in diesem moment hatte ich den button gedrückt leute aber ich hörte nur abhauen und wir noch mal schlachtschiff hinterher und das hier die müssen mich erst mal kriegen um mich zu besiegen wisst ihr so wie die mich hier gerade im bekämpfen es ist unmöglich dass die mich sehen können es ist völlig ausgeschlossen hat doch irgendwie keine ahnung der entwickler an der schwierigkeit noch irgendwas gedreht oder sowas er hat dann muss doch irgendwie noch was gedreht worden sein lächerlich okay was hast du von der waffenreichweite die haben 9.000 und die haben 13.000 also dann ist 9.000 die reichweite der wahl wie immer immer wieder mal auf den zerstreuten was ist denn das hier schönes kuralter schrecken erzeugt eine 6000 einheiten lange aura der dunkelheit die in jede richtung positioniert werden kann gebündete schiffe im wirkungsbereich gewinnen 200 moral hinzu während feindliche schiffe minus 200 moral verlieren oh das ist nett das ist wirklich sehr sehr nett so wir versuchen unsere beste besetzten massenrückruf ist gerade eben sogar das fliegt der wass massen sprung und die schießen schon auf dich wir müssen unsere kräfte das ist klar wir müssen jetzt kanonen rausnehmen ja ohne witz wir hatten wir haben über 2000 punkte mehr und die und ich habe einfach keine gescheite waffe man muss einfach sagen ich habe leider keine keine wache das ist so neu das ist so hart vor neu dass sie das hier so machen was ich habe überhaupt nicht verstehe ist dass ich sie auch die ganze zeit im auge behalten kann das ist mal schneller laufen ich wusste das ist so lange dauert ohne witz schien gerade eben nicht zu wissen die weiß doch immer wo wir sind die weiß doch immer wo wir sind das ist doch jetzt schon klar die schaden war ja in dem hier passt nix ich kann das jetzt dreimal machen moral ist jemand zum teufel jagen das ist jetzt einfach hier die ich ja so zu blocken meine schießen jetzt hier hardcore mit allem was wir haben das eine schlacht die kann uns hier gerade gut getroffen kleine schiffe tanken das ganze hier gerade eben die das eigentlich nicht tun könnte ich habe noch vergessen ich hätte noch hier ich habe jetzt erst gemacht das eine schlachtschiff kriege ist gleich kaputt jetzt haben wir auch noch den haben wir jetzt tatsächlich weggerollt den haben wir jetzt tatsächlich weggerollt scheiße ich hatte gehofft das macht mehr schaden auf einmal sieht man den gegner wieder nicht mehr oder was wie kann es sein dass ich den jetzt nicht sehe würde es jetzt wieder einmal nach hinten fliegen deck beschädigt wie geil ich bin jetzt hier auf jeden fall runter ballern also unser schlachtschiff hat ein bisschen was drauf aber ich bin trotzdem sagt eben immer noch sehr sehr erschüttert der hat es ja auch immer noch gegnerische truppen dein deck ist ebenfalls beschädigt er wird sich hoffentlich davon nicht erholen ich will ihre moral brechen dass der plan das war jetzt auch sein generator das ist endgültig weg boah hey das ist so hart wie wir jetzt hier vor allem wir haben noch nicht mal gewonnen wahrscheinlich weil ich das hier gecuttet haben in zwei folgen leute das bringt ja nichts wir sind die Tod wie du command initialisieren wo ich ramm jetzt hier gerade eben meuterei klingt doch nett wenn ich mich nicht nicht nachladen hier ja hier wird sich mit dem boot gerammt jetzt hat er schon die Schäden ohne Ende ich bin trotzdem Vielleicht kriegen wir den ja leer. Aber es sind beide Schäden, Deckschädigungen. Läuft richtig gut bei uns. So, die Moral von dem ist jetzt hier gleich weg. Jetzt haben wir den hier am Heck. Oh, geil, oh, komm. Die haben sich repariert, das ist toll. Ich warte aber trotzdem mal, bis es hier geklungen ist. Geht hier auf reaktiver Rumpf. Der wird sich sowieso wieder sammeln. Bin mir sowas von sicher, dass er sich sowieso wieder sammeln wird. Du fliegst da jetzt runter? Du musst den jetzt hier aufklären. Du hast gedacht, du machst jetzt noch mal so ein bisschen Chaos, ne? Wenn du vom Chaos bist. Ich werde gleich mal zeigen, was jetzt hier los ist mit dir. Wir machen es einfach leer. Ja, ganz einfach. Ich habe es auch gelutscht. Ich gehe jetzt da rüber. Der Platz, wo schon. Dinge, mit denen ich leben kann. Ich habe noch gar nicht gesagt, dass ich auf den blöden Generator gehen will. Das finde ich eher ungünstig. Das beschleunigen wir mal, wie gesagt, dass die Gepäckste auch schon viel, viel zu lange. Ja, das ist so groß wie das Frieden. Das ist einfach nicht so groß, ne? Na geil. Ja, den muss ich jetzt hier down kriegen. Ich versuche, dass er zum Maximum die Distanz geht, weil dann trifft er ja wieder nicht mehr. Das ist ja auch cool, wenn man so Zwischendistanzen machen könnte, ne? Werde sehr hilfreich. Boah, wir haben es geschafft. Oh mein Gott. Aber nur wegen dem Schlachtschiff. Okay, die Schlachtschiffe sind durchaus was wert. Aber ganz in der Ernst, Leute, das war echt übertrieben. Also das war echt Hardcore übertrieben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das war heftig. Na gut, liebe Leute, ich habe mir ziemlich sicher hier quasi zwei Folgen draus gemacht. Das sind einfach alle kaputt, ne? Das sind einfach alle kaputt. Hey, wer hat nochmal ein Schlachtschiff gehabt für den Notfall? Oh mein Gott. Alles klar, liebe Leute. Da sage ich an dieser Stelle vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Mit den Resten, die noch da sind. Ja, und das ist das, was wir demnachsallererstes beim nächsten Mal machen, ne? Also, in dem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Danke fürs Bewerten. Danke fürs Kommentieren. Und Dankeschön, meine Patreons, für die Unterstützung. Und bei denen, wir haben wir ganz vorne mit dabei. Pastor Pinsi und The Devil for HD, meine beiden Ehrenoktonnen und Gefährten. Baut rein, liebe Leute. Macht's gut. Tschüssi und Ade.